So, da bin ich wieder. Schön, dass ihr auch wieder einschaltet. Wir gehen gleich, ihr habt es gesehen, schon in der letzten Folge. Ihr wisst, was los ist. Ihr seht es ja gleich. Wir gehen gleich hin. Erstmal gehen wir schlafen. Schlafen, schlafen. Wir haben geschlafen. Sehr schön. Naja, ich habe ja nicht so viel dabei. Warum mache ich da jetzt zu? Keine Ahnung. Wir müssen da lang. Ja, wir kommen. Habe ich da gerade zwei Blumen gesehen? Oh, guckt euch die Schweine an. Oh, Schweine. Seht ihr es schon da ganz hinten? Seht ihr es schon? Seht ihr es? Ich sehe es. Ist doch nur einer, ne? Lecker. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da entdeckt? Da habe ich auch noch gar nicht mitgearbeitet. Leute, merkt euch das? Was? Ui, 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 was macht... Oh. Da seid ihr gefragt. Ihr seid gefragt, was macht man damit? Was macht man? Was kann man damit veranstalten? Mit... Beispiel Honig. Honig. Was macht man mit Honig? Was macht man jetzt hier Minecraft mit Honig? An die Minecraft-Profis, euch da draußen. Gerne Rückmeldung. Ach Mensch, das wollte ich auch schon vor einigen Folgen machen. Falls du wieder zuschauen solltest. Du weißt schon, wer gemeint ist. Mein Lieblingssklave. Ich will mal keinen Namen nennen. Ist auch noch mein Lieblingssklave. Ich weiß, du fühlst dich angesprochen. Schön groß an dieser Stelle. Na? Oh. Da oben... Ist da auch ein... Ist da auch Honig da oben? Das ist ja echt ein geiler Spawn hier. Ich glaube, da oben... Habe ich mich vertan? Warte mal. Ist das auch da? Wir gehen mal hin. Wir gehen einfach mal gucken. Wir gehen einfach mal hoch. Und schauen mal. Sieht ja fast so ähnlich aus, ne? Oh. Der blickt hinten mit die Bienen da auch und unten im Hintergrund. Sehr schön. Ja, natürlich ein Kürbis, Leute. Was soll uns ein Kürbis? Neue Rezepte verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Ja, da hinten haben wir auch Lamas. Lamas. Und wenn ich da weiter hingehe... Ich glaube, wir haben da sogar ein Schneebiom, ne? Da hinten. Da kriegen wir Fichten her. Fichten? Apropos Fichte. Guck mal hier. Weil ich schon mal hier bin, ne? Hier könnte man auch was Schönes reinbauen. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay. Seid ihr überhaupt da? Läuft der Timer? Ja, sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch einen Setzling. Mehr brauche ich gar nicht. Nur einen Setzling. Oder zwei. Warte mal kurz. Ach ja, war euch auch schon Schnee gefallen? Bei mir war ja in den letzten Tagen ein bisschen Schnee. Ich muss ja sagen, in den letzten Tagen. Eigentlich heute. Aber ich produziere ja vor. Ich habe jetzt heute schon drei Folgen aufgenommen. Man muss ja sagen, für euch, wenn ihr das Video seht, war es bei mir in den letzten Tagen Schnee. Aber für mich ist das heute mit Schnee. Das ist immer ein bisschen verwehrend, ne? Wenn man so vorproduziert. Aber manchmal geht das ja nicht anders. Und dann habe ich auch Lust, ein paar Folgen am Stück aufzunehmen, wenn ich die Zeit habe. Ich weiß ja nie, wie das in den nächsten Tagen so aussieht, ne? So. 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 Habe ich schon ein Setzling bekommen? Ah, nein. Warum nicht? Ja. Ja. Wir warten die gerade mal ab. Ah, da was despawnt. Da noch ein Setzling raus. Droppt oder nicht? Oh. Wenn ich die Spinne schon wieder höre, ne? Dann müsste ich ja gleich buddeln hier eigentlich. Ihr wisst warum. Wegen der Mine, ne? Heusch. Hier ist er genau unter, ne? Sind das normale Spenden, oder? Mal lauschen. Ist er weiter weg? Das war verkehrt. Der darf sich hier so... Das war nicht. Jetzt weiß ich, ist oben oder unten? Jetzt weiß ich, links. Also hier ist eine Höhle. Ist hier auch eine Flirmaus? Hier ist eine Flirmaus? Jetzt weiß ich sie hier. Höhle. Interessant, wer zu wissen, ob hier eine Mine ist. Ich glaube aber nicht. Das ist eine normale Spinne, ne? Ja, ja. Okay, da geht's auch runter. Okay. Wollte hier eigentlich gar nicht so buddeln, aber... Ja, ja. Ist ja... Ah, ich war neugierig. Ach, ich glaube, wir müssen da zurück. Ach, dann habe ich hier einen Eingang, oder da hinten. Ich will nicht so weit, weil, ne? Verlaufen und so. Pro Verlaufen. Ähm... Ich glaube, wir müssen da zurück. Ich glaube, ja. Ja. So, die Schweine lasse ich jetzt mal, ne? Aber eins. Ihr kennt das ja, ne? Schaut mal weg. So, brauchen wir ja momentan noch nicht so viel Essen. Das geht noch. Pro Essen. Ich kriege langsam Hunger im Real Life. Nach dieser Folge jetzt war erstmal Feierabend. Mit Vorproduktion. So drei Tage... Drei Tage. Drei Folgen am einen Tag aufnehmen. Das reicht auch. Nicht übertreiben. Nicht zu viel vorproduzieren. Ach ja, hier war ja... Genau, ja. Ich erinnere mich. Dann gehen wir gleich mal zum Feld, weil... Ja, ja. So, du, 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 du. Oh, ob der Creeper noch da... Ach, ne, der war ja da hinten, ne? Ach, stimmt. Der war ja beim letzten Mal da hinten, wo ich dachte... Ne, da habe ich ja was verwechselt. Da war ja... Ja, okay. Ne. Alles gut. Ach, da hinten habe ich so viel Platz. Braucht immer ein Feld, ne? War das nicht so irgendwie... Was machen wir denn mal da hinten? Immer noch vier. Oh, schön Kürbis gepflanzt. Das macht doch Spaß. So, das ist doch ein Eichensetzling. Den einen Baum. Das wird bestimmt wieder ein Riesenbaum. Wollen wir wetten? Ich bin ja mal gespannt, ey. Bestimmt wieder so ein Riesending, ey. Und die Fichte... Machen wir mal weiter weg. Das schimmert doch schon wieder, oder? Ja, war ja klar. Wird schon wieder dunkel. Ach, jetzt weiß ich auch noch, was ich... Na, und so. Mal gucken, wie das aussieht. Treppen brauchen wir ja auch noch ein paar. So, ähm... Dort wird das Rezeptbuch komisch. Später mal rein. 13. Machen wir noch ein paar mehr. Nächstes Mal gehen wir vielleicht eventuell auch mal... Wir müssen wieder ein bisschen... Weiß wie der... Wir müssen mal... Oh, schön. In den Minen ein bisschen buddeln. So eine quadratische Sonne sieht auch schön aus. Hier können wir natürlich auch aufs Spawn, ne? Das ist so dunkel. Die Ecke ist ein bisschen zu dunkel. Da man nicht mal einen Krieger spawnt. Okay. Durchgehend erstmal, oder machen wir jetzt... Warte mal, ist das sogar... Erstmal machen wir die Ecken hier mal. Erstmal machen wir die Ecken. Ah ja, da muss ich auch noch weiter rüber, sagte ich ja, ne? So, was ich mir denn gedacht habe, so, ne? Da geht es ja dann sowieso noch weiter rüber. Das ist schon wieder verkehrt. So, dass wir hier so eine Zwischendinger noch rein machen. Das muss dann mal weg. Das ist... Oh, äh... Ja, ja, aber zu dunkel ist auch nicht gut. Ich mach mal erst mal im Boden hier. So. Dass wir denn die Mitte haben. Aber symmetrisch kriegt das nicht hin. Dann müssten wir einen weiter nach hinten oder machen zweier. Machen wir doppelte Kisten? Oder wenn wir doppelte Kisten machen, oder machen wir hier einer Kisten hin? Oder vielleicht machen wir hier denn die... Machen wir doppelte Kisten hin? Oder machen wir hier doppelte Kisten lang? Das weiß ich noch nicht. Äh, ja. Dann können wir hier eine Kiste machen und machen wir da eine Kiste. Oder machen wir doppelte Kisten... Machen wir hier einer Kisten hin und hier... Oh, das ist die Frage. Das ist die Frage. Weil dann müsste ich ja hier zweier jetzt machen. Und dann würde das aber passen mit dem Holz. Dann passt das hier mit dem Holz. Das müsste ich ja nach hinten noch wieder erweitern. Da hinter Holz. Ja, wir wollen ja auch ein kleines Lager haben, ne? Wegen Licht. Kommen wir da eine Fackel und da eine Fackel? Nee, das gefällt mir nicht. Ach, die Spinne nervt. Ähm... Mach hier lieber einer Kisten hin und da drüben... Mal ins Lange machen wir zweier Kisten hin. Oder? Das sieht ein bisschen zu übertrieben aus, ne? Ja, das passt auch um. Nee, nee, das haut... Nee, das... Nee. Nee, das gefällt mir nicht so. Hm. Was meint ihr? Sieht das so besser aus oder... So wie hier. Tja, das ist die Frage, ne? Das ist die Frage. Bin der oben oder irgendwo hier hinten? Also das ist ja ein bisschen... Die irritiert mich gerade ein bisschen. Könnte man da Kisten? Hier könnte man auch nochmal vielleicht eventuell eine Kiste... eine Kiste hinstellen. Dann passt das natürlich auch wieder, ne? Da Kisten, da Kiste. Sieht das denn mit den Steinen aus? Das ist natürlich da... Das sieht... Das verkehrt. Ah, dann sieht das mal mit dem Boden da oben nicht so gut aus. Beziehungsweise mit der Decke, da müsste ich nämlich so lang gehen. Und das gefällt mir auch wieder nicht. Nee, das machen wir weg. Ja, der muss hier hin, ne? Aber wenn ich jedes Mal eine Kiste dahin mache, dann müsste jetzt da wieder Holz reinkommen, wenn es nur einer Kisten sind. Aber ich wollte ja hier, dass hier Zweierkisten hinkommen. Also kommt hier Holz hin. Hier. So, da haben wir nämlich hier eine Zweierkiste. Hier drauf. Und dahinter kommt Holz. Habe ich jetzt nicht da? Doch, ein bisschen. Also sieht es hier auch nicht so... Also kann das mit dem Holz so bleiben. Macht nichts. Bitte später da die Schilder ran machen. Oder hier unten. Vielleicht machen wir auch unten Schilder ran. Oder oben. Und das weiß ich auch noch nicht. Machen wir da einen Lagerraum. Und hier mit Holz. Und dann machen wir den nächsten... Ja, machen wir dann weiter, ne? Also hier so die nächste, sozusagen die Zweierkiste. Kommt da ja wieder Holz. Hier noch eine Zweierkiste. Und dann müssen wir auf jeden Fall da noch weiter rüber. Ja. Ach, das Kiste, das kriegen wir schon hin hier. Ja. So, dann kommt nämlich hier wieder Holz, ne? Nach oben so. Haben wir noch Holz? Ne. Fichte ja hier noch. Okay, passt das nicht mit der Zweierkiste, ne? Weil das dann nicht symmetrisch ist. Dann müsste das einen nach vorne hier. Weil die Spinne nervt. Das ist da eine Kiste. Okay, ja. Da haben wir eine Kiste. Da ist eine Kiste. Machen wir erst mal hier fertig. Da kommt sowieso Holz rein. Das haben wir schon drüben im Wald. Wenn wir noch ein bisschen Fichte noch holen können, ne? Ähm, na warte mal. Fichte da, Holz kommt da. Das kann eigentlich... Warte, ich muss das hier gar nicht... Lassen wir es gar nicht weg. So, wir gehen mal schlafen. Also Monster, ja, wie in der Spinne, ne? Ach ja, wie in der Spinne. Okay. Warte, dann mache ich da eine Zweierkiste. Machen wir jetzt eine oder zwei? Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Weil hier ist der Dreierplatz. Müssen wir uns echt das Holz wieder hier rein machen? Oder wir ziehen die Seite ein nach links, ne? Von links rüber. Also ein nach... Ja. Ne, wir müssen schon. Ein weiter ranziehen. Aber ich glaube, wir machen hier doppelt... Ah, man kennt das ja. Sammelt sich ja nachher wieder so viel an. Das wird sowieso nicht reichen. Dann baue ich auf jeden Fall nach unten, ne? Nach unten runter, ne noch. Etage weiter, ein tiefer. Also Einerkisten könnte man aber auch denn hier vorne so hinstellen. Aber zwei, ja, ich weiß nicht. Müsste ich trotzdem... Für eine Dreierkiste... Die kriegen wir mehr hin, ne? So, müssen wir mal gucken hier. Natürlich wieder verkehrt rum. Ne, das sieht auch nicht gut aus. Da eine Kiste hast du denn? Das ist... Ne, da hast du zu viel Holz. Hier ist Holz, da ist Holz. Ne, das gefällt mir auch nicht. Wir bleiben bei der Zweier. So. Dann kommt der nächste Zweier, kommt da hin. Und dann müssen wir einfach weiter nach vorne. Machen wir. Das kommt weg hier, komm. Zack. Muss das auch nochmal weg. Ach, das ist ja der schöne Minecraft, ne? Ja, passt ja. Zünder haben wir... Also, ja, passt doch. Holz, ja, Holz. Da müsste eigentlich nichts hinter, aber wir sind ja ordentlich. Dann machen wir hier Holz. So, Holz, ja. Und ob wir hier auch Kisten hinmachen, ist die Frage. Erstmal reicht das denn hier, ne? Und hier kommt dann nochmal Holz. Haben wir noch Holz? Ja, dann nochmal Stein. Da kommt dann Holz. Da hier auch. Hier auch Holz. Okay. Das ist wieder hell, ne? Oh, ich habe wieder voll überzogen, weil ich wieder... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ne, ich gehe dann jetzt nicht raus. Schlafen können wir auch nicht mehr, weil es schon hell ist. Okay, dann haben wir ja ein bisschen was geschafft. Leute, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ja. Bis dahin. Tschüss. Gonna sag nach. Was protons. Was. Und meal. Sshipsky.